Was? Raiding Cliffs? Mhm. Alter, alle haben Handkennen gelernt. Ich spür Pally. Nein, ich bin einmal gestorben. Gegen den 0-3er. Aber nur weil ich davor schon eingekillt hab. Don't leave him? Don't leave him! Please! Don't leave him, bitte. Er war ein guter Jyll. Er ist nur vom Weg abgekommen. Wir all seiner Freunde! Oh, no. We're going in, boys! Was spiel ich mal? Terabar? Äh, Drang. Hat er erst Ikolos gespielt, dann Terabar, jetzt kommt das Drangigste der Drangs ran. Ah, das war ein Crispy-Snavibe. Er spielt, glaube ich, Explosive-Payload auf seiner Sniper-Boss, da hat mich tongue geflincht. Mhm. Gewonnen. Let's go. Puntivek, ihr habt einen Scheiß gemacht. Genau aus dem Puntiveken sie doch. Ich weiß nicht, ob ich bei einem Sieg schon resetten will oder bei drei. Zehn und eins bin ich rausgegangen. Komm, ich probier nochmal jetzt das zweite Game. Sobald ich Sweaty-Leute sehe, guck ich immer. Also, sobald ich Sweaty-Embleme sehe, guck ich immer. Und Death and Trials Report. Ich hasse es, Digga. Bei dem ersten Matches bin ich immer so ein bisschen aufgeregt. Achilll. Achilll mit. Hier, peace-Montage. Okay der ist einer. Bambi sieht auch nervig aus. Natürlich. Bambi. 08 ist? Mit 09 r, okay, okay. Bei dem anderen habe ich keinen Zeit mehr da. ich will achilles und bei mir haben ich bin so tot oh mein gott er zieht mich safe ja ich habe ihm so viele headshots gegeben mit snive der boy hat keinen bock mehr auf mich nein ich hab's gechockt das war ein Bruder ich muss ich nachgucken der c h g strich budingo oder budino oder so er hatte alle drei kriege einschalten ne neuner ok ok getting carried bei den neuner muss kommen ja niemals sie haben schon zwei ich bin hier um kill zu farmen die wixer zum glück ist bambi ein handcannon shoddy spieler digga er war der letzte und ich war der letzte digga wenn du weißt bevor ich echt keine angst habe dann ist es ein handcannon spieler ohne shoddy emma die weg zu mir nein ich habe keine Zeit die weg hat einen sniper getroffen der junge nein oh Ich hab vergessen, Drang nachzuladen, ich geh keck, Alter. Ich hatte einen One-Shot, aber ich fange in der Luft Drang nachzuladen. Ich hatte einen Heavy, oh mein Gott, ja, ich bin Rumble, er wird mich tiebegen, nicht? Nein, ich wollte nicht die Chayuras outwhipen, aber ich hab mich dazu gezwungen. Ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht mehr, ich wollte nicht mehr. Ich musste nicht mehr sagen, dass ich das Ziel bieten kann. Ich konnte nicht mehr, ich habe keine Ahnung, ich habe mich gelesen, dass ich hab.